Musik Yo, es geht weiter mit The Cave Ähm, wir sitzen eben noch in der Höhle fest Ähm, ja, ähm Ich hab mir ein bisschen was überlegt Ich hab mich mal ehrlich gesagt ein bisschen schlau gemacht Was man machen kann, machen muss Ich weiß nicht, wie ich es genau mache Aber ich weiß jetzt, dass wir den Felsen verschieben müssen Das ist also richtig Ich weiß noch nicht, wie Das ist ein bisschen doof Und vor allem weiß ich nicht mehr, wo der Felsen ist Ah Vielleicht sollten wir es einfach mal so probieren So Äh, ist jetzt die Frage, müssen wir in die Zukunft? Ich glaube ja Lol Okay Ähm, wir waren doch hier Genau Hier waren wir noch hier Gucken wir doch mal was hier jetzt Hier ist ein Brunnen Okay Ähm Ja, ähm Ah, da haben wir einen Eimer Ah Okay, was tun wir mit dem jetzt, ist die Frage Ähm Okay Wir sind doch in der Vergangenheit noch Genau, hier So, probieren wir doch mal irgendwas aus Ich meine, wir riechen in der Zukunft noch nach Dino Moment, waren das die beiden oder war das er Oder sie Okay, gehen wir mit den beiden nochmal eben in die Zukunft Locken dann den Dino da weg Wir haben da ja diesen schönen Stein Den kann man da ja runterploppen lassen Ähm, überlebt das nicht Aber wenn wir den Dino nach links locken Ich denke, dann könnten wir den Da quasi erschlagen mit dem Stein Ja, genau Alter Angeber So Dafür müssen wir jetzt aber halt erstmal wieder hier nach unten Und uns mit Dinosaurierpheromonen anspritzen lassen Ich muss jetzt nur eben gucken, wo die waren Das weiß ich nicht mehr Oh man Ähm Ich denke mal, wir müssen hier rechts rum Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal Wupp So Die waren doch hier eben War die da vorher schon? Hm So Nein Ja, Fail Ähm So Jetzt gehen wir nochmal eben drunter So Ähm Dam, dam, dam Äh Hier, genau Zack Jetzt riechen wir noch Dino Ja, das ist sehr toll Das wird jetzt wie ein alter, muffiger Dino riechen Hm Ja Ähm Dann gehen wir jetzt doch einfach mal wieder zurück Dann nehmen wir den Hillbilly gleich mit zurück Stellen uns da hin Locken den Dino weg Und klatschen denen dann den Stein auf den Kopf Mit ein bisschen Glück klappt es Ähm Okay, also wird es vermutlich nicht gehen Wir werden es ja gleich erfahren Sobald wir da sind Moment, wir haben noch jetzt Wir haben doch jetzt Öl Hoff ich zumindest mal Immerhin haben wir da einen Eimer gefunden Ach nee, damit gehen wir jetzt einfach zurück Moment, war das hier Oder war es noch ein weiter Ich weiß es jetzt schon nicht mehr Ähm Dum, dum, dum Wo war das denn? War das nicht hier? Genau Das geht nicht Ich würde den Eimer ganz gerne voll machen Okay, das geht nicht Okay Aber jetzt sind wir mit der sowieso schon hier Dann können wir da Mit der eigentlich gleich den Dino Den Stein auf den Kopf kloppen Muss dann nur eben wieder hin Und ich hab so das Gefühl Ich bin hier falsch Nee, ist richtig Gut Fog, du brauchst mehr Ich hab nicht zugehört für Rad Ja Großteil der Alltags Ja Ähm Jetzt sind wir wieder zurück Jetzt gehen wir hier auch nach unten Locken den Dino weg Klatschen ihn dem Stein auf den Kopf Da müssen wir durch sein Hoff ich mal Das wäre schon wieder viel zu einfach irgendwo Dass ich da nicht Vorher schon drauf gekommen bin Mann, Mann, Mann So Dann locken wir ihn da mal weg Wusch Ja Cool Aber was hat sich dadurch jetzt verändert Ist die Frage Ähm Gehen wir nochmal nach oben Äh, unten Wo ist die Leiter? Leiter, Leiter, Leiter Da So Dummdi dumm So Jetzt müssen wir hier Nee, das ist falsch Oder? Ja, das ist falsch Verdammt Kann man hier nicht auch irgendwie runter? Hier hinten war doch nur der Stein Ja Okay Dann gehen wir einfach nochmal in die Zukunft So So Hüpf und Hüpf Die Zeitreisenden Zukunft Schicken Passt natürlich auch wieder Besser als den Hillbilly Der scheinbar nicht der hellste ist Mit seinem Gummiarmen Ähm Ganz in die Zukunft So Ich kann den Typen nicht ausstehen Ohne Scheiß Äh Nee, ich muss hier noch einen nach rechts Oder? Nee Links war doch richtig Okay So Den Smirk Können wir noch nicht mitnehmen Denk ich mal Probieren wir aber nachher auch nochmal Jetzt gehen wir hier erstmal runter Und gucken Was sich da verändert hat Irgendwas wird da wohl anders sein Wäre sonst ziemlich un Nütz Ja Jetzt haben wir Warum zur Hölle ist da jetzt eine Öl? Ich will es gar nicht wissen Aber jetzt müssten wir den Motor zum Laufen kriegen Mh Wenn der Motor läuft Läuft dann Ähm Dann Läuft der Motor Oder so ähnlich Probieren wir es doch mal Motor, Motor, Motor Da So Okay, jetzt haben wir hier einen laufenden Verbrennungsmotor Okay So Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen Aber Okay, ich denke mal Wir werden es gleich erfahren Können wir den da irgendwie anbringen? Den Ja Oh Gott Got my own hover parking spot Came with getting greatest employee of all time Museumstür? Was kommt man hier nicht raus? Ach du Scheiße, was haben wir denn jetzt mit dem Rad? Don't touch any of the exhibits Ah Fuck, such doch ein Rad Dann geben wir jetzt doch einfach mal Ich lass mal eben den Eimer fallen Geben wir doch einfach mal mit dem Rad in die Zukunft Ja Das klappt super Äh, Vergangenheit zu Fuck Und versuchen ihm das da runterzubringen Wie sollen wir ihm das da runterbringen? Ist die Frage Ich lass mich endlich cleanen aus dein Desk, hm? Well, vielleicht sehen wir dich irgendwann mal Vielleicht nicht, doch Probieren wir es einfach mal Wird schon schief gehen So So Allerdings glaube ich irgendwie nicht, dass das klappt Aber Na Versuchen werden wir es jetzt Dam, dam, dam Ja, dauert dezent lange Wahrscheinlich ist das jetzt auch noch alles falsch Aber Wir testen es halt So Hier kann ich es doch eigentlich rollen lassen Okay Hier nicht mehr Gut Hm Was könnten wir mit nem Rad machen? Vor allem wenn das jetzt runterfällt Was zur Hölle Ich glaub's nicht, das war richtig Da muss ich ehrlich sagen Ich hab ein bisschen durchgeguckt gehabt Was man machen muss Aber Das wusste ich jetzt Absolut nicht Aber Was können wir hier jetzt dafür machen? Ist die Frage Können wir da jetzt irgendwas anderes noch? Nein Reden wir doch einfach mal mit Wups Mit ihm Okay Das bringt scheinbar nichts Das tun wir doch mal Rad Ähm Hm Er hat jetzt ein Rad Vielleicht ist Fog jetzt dafür irgendwie Weiß nicht Weg Hier hinten ist ja nichts Ach da sind noch die Zwillinge Okay Können wir ihm das Rad vielleicht klauen? Nein Ich hörte, die Voting auf dem GEOAT-Kommittee war unanimeous F.Y.I. Das stand für greatest employee of all time Hm Okay, das geht nach wie vor nicht Touching the exhibits Puh Hm Okay Ist jetzt irgendwas Neues Könnte ja sein Aber sieht ehrlich gesagt nicht so aus Vielleicht in der Zukunft Nochmal klaue ich den Schlüssel jetzt aber nicht Das bringt ja leider nichts Hm Wupp Wupp Okay, hier ist nichts Das ist Öl Da haben wir noch den Dino Hm Gut Ich würde aber sagen Das war dann mal die Ich glaube das müsste jetzt die zwölfte Folge sein Verabschiede mich an dieser Stelle Und bis zum nächsten Mal So Da wären wir doch wieder Da die Folge doch etwas sehr kurz jetzt geworden ist Ähm Habe ich jetzt gar nicht so Kurz empfunden ehrlich gesagt So Und da wären wir doch wieder Weil die Folge doch etwas sehr kurz geraten ist So kurz so wollte ich sie nicht haben Deswegen gucken wir jetzt nochmal Vor allem weil wir gerade Naja Er steht da jetzt ja schon so schön Was passiert denn wenn wir ihm das Ding auf den Kopf hauen Hat der beim Dino auch geklappt? Hm Und Wusch Und That's that All of that poor caveman's descendants are dead forever Well What's done is done There's no going back on that decision now Well Unless someone else screws around with the timeline some more You know Time machines really take the fun out of trying to teach hard lessons about consequences Wenn er jetzt komplett weg ist können wir Smirk dann Ja Finally Finally The key out of this chronologically contorted collapse of continuity All it took was the complete eradication of a family line dating back countless millennia To be fair to our heroes I can understand wanting to get out of here Pfff Automat Okay der geht nicht Da kommt man nicht durch Beziehungsweise er hier zumindest nicht Kann man doch mal mit der Zeitreise dann auch wieder zurück in die Moment Zurück in die Zukunft Ja Hm Wir spielen hier eigentlich nicht in der Zukunft Wir spielen hier eigentlich in der Gegenwart Also auf Ebene 2 quasi Wenn das hier Ebene 1 ist Ähm Wenn wir dann einfach eine Zeit vorspulen Hier jetzt Beziehungsweise mit dem anderen eine zurück Sind wir wieder im Jetzt Und da müsste es ja theoretisch weiter gehen Ist nur die Frage Wofür ist der Schlüssel? Ach Ja Okay Ups Damit wüssten wir das nun auch So Coolio Wir haben es geschafft Und wenn ihr wissen wollt wie es weiter geht Schaltet beim nächsten Mal wieder ein Haut da rein